Die Leipziger Scheidungsmesse Es ist vor allem Messestadt. Seit Jahrhunderten kommen Besucher aus aller Welt nach Leipzig, um die verschiedensten Messen zu erleben. Überall in der Stadt lockt Messeflair. An traditionellen und modernen Messeplätzen erfahren Sie alles Wissenswerte rund um die Scheidungsthemen, Annullierung, Auszug und Alimente. Wie man sich richtig streitet und kultiviert schlägt, lernen Sie in unterhaltsamer Atmosphäre auf dem Bachpfeifenfest. Scheidungen haben Geschichte in Leipzig, aber nur die wenigsten kennen Sie. Tauchen Sie ein in die Historie der Scheidungen seit dem 15. Jahrhundert. Wenn Sie gerade im Trennungsjahr leben, können Sie sich exklusiv auf der Scheidungsmesse schon jetzt den kirchlichen Segen für Ihre Scheidung geben lassen. Sie sind schon geschieden? Dann vermeiden Sie böse Überraschungen und lassen Sie die Rechtsgültigkeit Ihrer Scheidung nachprüfen. Die Leipziger Nahverkehrsunternehmen bringen Sie an jeden Veranstaltungsort, damit Sie die Scheidungsmesse in Ihrer ganzen Vielfalt erleben können. Geben Sie jetzt grünes Licht für Ihre Scheidung. Sichern Sie sich noch heute Ihr Ticket und erleben Sie sie. Die Leipziger Scheidungsmesse. Geben Sie sich noch heute Ihr Ticket und erleben Sie die Scheidung. Geben Sie sich noch heute Ihr Ticket und erleben Sie die Scheidung.